In dem schnellen Video möchte ich euch zeigen, was für einen riesigen Einfluss das Gehäuse auf den Klang hat. Und dazu habe ich jetzt hier mal so einen kleinen Lautsprecher mit um den 2 Litern. Und das Chassis ist einfach nicht eingeschraubt, sodass ich das ganz schnell rausnehmen kann. Und ich werde jetzt einfach mal ein Need einmachen und dann werdet ihr schon sehen, was für einen Unterschied es macht, ob das Lautsprecherchassis im Gehäuse eingebaut ist oder nicht. Also ich denke, hier hat man schon sehr gut gehört, dass das gerade im Bass einiges an Unterschied macht. Und wenn man jetzt einen Mittel- und Hochton genauer betrachten würde, dann wird man da auch einiges an Unterschieden sehen. Ja, und deshalb ist es wichtig, dass ihr dem Gehäuse so viel Beachtung schenkt. Und jetzt ist es ohne Gehäuse und mit Gehäuse schon ein sehr krasser Unterschied. Aber den gleichen Effekt hat man auch bei richtigen und bei falschen Gehäuse. Da macht es schon einen Unterschied, ob der Bassreflexkanal jetzt 5 cm oder 10 cm lang ist. Und deshalb sind Simulationen und sowas sehr wichtig.